Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegen! Karl, der Käfer, wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Dieses Protestlied der 80er-Jahre dürfte Ihnen noch im Ohr klingen, liebe Grünen. Die Geschichte des Käfers, der beim Bau einer Autobahn weichen musste, ging damals durchs ganze Land. Käferchen Karl würde sich heute allerdings im Grabe umdrehen, wenn er erleben müsste, wie Sie den Umweltschutz zugunsten einer hanebüchenen Klimapolitik verraten und verkauft haben. Bestes Beispiel ist die unübersehbare Verspargelung unserer Heimat mit sogenannten Windkraftanlagen. Pro Anlage werden allein für die Fundamente bis zu 180 Tonnen Stahlgeflecht in den Boden gesetzt und mit bis zu 1.300 Kubikmeter Stahlbeton ausgegossen. Eine unvorstellbare Menge. Nehmen wir nur einmal einen Mittelwert von 1.000 Kubikmetern pro Windrad an, so haben unsere sogenannten Klimaschützer, also Sie, eine 6.860 Kilometer lange vierspurige Autobahn unter die Erde gelegt. Käfer Karl würde sich wahrscheinlich übergeben, wenn er wüsste, wie sich seine grünen Freunde gewandelt haben. Und was würde er wohl zur deutschen Klimapolitik sagen? Deutschland hat seine selbst gesteckten Ziele nicht erreicht. Na und? Na und? Deutschland hat gerade mal einen Anteil von 0,09 Prozent am CO2 in der Atmosphäre. Selbst wenn wir in Deutschland alles abschalten würden, kein CO2 mehr produzieren würden, nicht mehr heizen, keinen Strom mehr verbrauchen würden, uns nicht mehr fortbewegen und nicht zu vergessen, liebe Grünen, auch das Ausatmen einstellen würden, hätte das überhaupt keinen Einfluss auf das Weltklima. Im sogenannten Pariser Klimaschutzabkommen haben sich die Staaten der Welt angeblich dazu verpflichtet, die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Die Wahrheit ist, bei diesem Abkommen wurden die Europäer ganz einfach über den Tisch gezogen. Effektiv hat sich nur Europa verpflichtet, hören Sie doch einfach mal zu, vielleicht lernen Sie noch was, CO2-Emissionen zu reduzieren. Denn den mit 27 Prozent größten CO2-Verursacher der Welt, China, erlaubt nämlich dieses sogenannte Pariser Klimaschutzabkommen, bis 2030 seinen CO2-Ausstoß unbegrenzt weiter zu erhöhen. Und das Gleiche gilt für alle Schwellen- und Entwicklungsländer. Und genau das tun die auch weltweit. Wir haben es vorher schon gehört, sind 1.600 Kohlekraftwerke im Bau, davon alleine 486 in China und 193 in Indien. Völlig egal also, wie viel Deutschland von seinem 2-Prozent-Anteil an den CO2-Emissionen einspart, 20, 50 oder gar 100 Prozent, egal wie viele Kohlekraftwerke wir abschalten, wir erreichen damit nichts, nichts anderes als die Zerstörung von Millionen von Arbeitsplätzen und gefährden die Sicherheit der Menschen in unserem Land. Wie der grüne baden-württembergische Umweltminister Untersteller zu Recht beklagt, riskieren wir mit der Energiewende flächendeckende Blackouts, bei denen Millionen von Menschen tagelang ohne Strom sein werden. Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag rechnet für diese Fälle mit Tausenden von Toten. Im Stromnetz muss nämlich immer genau so viel... Hören Sie einfach mal zu, Mensch, Sie verstehen überhaupt nichts von Technik. Im Stromnetz muss immer genau so viel Strom vorhanden sein, wie gerade benötigt wird. Sonst bricht nämlich das Stromnetz zusammen. Und nur gerade mal ein Prozent der Windenergie steht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung. Das heißt, neben jede Windkraftanlage muss man zum Beispiel ein Kohlekraftwerk stellen, sonst, wenn nämlich für den Zeitpunkt das zum Beispiel mal wieder gerade der Wind nicht weht. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich gestatte jetzt keine Zwischenfrage. Ich werde das gerne zu Ende bringen und gerne eine kurze Intervention danach. Durch Windenergie kann also kein einziges Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Sonst droht das Dunkeldeutschland grüner Ideologie. Und was haben wir Bürger davon? Bei vielen bleibt die Wohnung dunkel und der Herd kalt. Wegen der Energiewende hat Deutschland weit, weit mit die höchsten Energiepreise. Und so können immer mehr Bundesbürger ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Jahr für Jahr wird 350.000 Haushalten der Strom abgeklemmt. Welch eine Schande für ein Land, das in der Lage ist, wie letzte Woche mit einem Federstrich 54 Milliarden Euro für Griechenland bereitzustellen, 50 Milliarden Euro in 2017 für Flüchtlinge, aber gleichzeitig zuschaut, wie seinen Bürgern der Strom abgestellt wird. Diese Regierung sorgt für eine weitere Spaltung Europas, diesmal auf dem Strommarkt. Die verantwortungslose deutsche Energiepolitik, die jede Vernunft, jedes Maß, jede Verhältnismäßigkeit der mir irrationalen Klimawahn unterordnet, zwingt unsere Nachbarstaaten, sich vom deutschen Stromnetz abzukoppeln, damit ihre Stromnetze nicht zusammenbrechen. Merkels Regierung hat mit ihrer fatalen Politik nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa gequält und gespalten. Sie ist der Sargnagel der Europäischen Einheit. Beenden Sie die Isolation Deutschlands und treten Sie zurück. Danke. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Georg Nützlein.